Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und wir befinden uns wieder auf der einsamen Insel und es wird so langsam wieder dunkel, Kata. Stimmt, aber es sieht voll schön aus. Das stimmt, echt romantischer Sonnenuntergang. Ich würde sagen, wir gehen mal... Oh, okay, du erhntest noch. Wir gehen mal hoch ins Bett, okay? Oh ja, okay. Wir haben ja letztes Mal probiert, da hinten das SOS-Zeichen zu bauen. Das hat so nicht ganz gut geklappt. Also es leuchtet jetzt einfach. Das dürfte man eigentlich auf jeden Fall erkennen. Aber... Ja, und die ganzen Schaltungen. Ja, stimmt. Oh, stimmt. Geh mal da rein. Wenn es blinkt, dann wäre es natürlich viel, viel besser. Aber, naja, das ist etwas schwieriger. Ich würde sagen, Kata, wir legen uns ins Bettchen. Oh. Geh in mein Bettchen. Tschüss. Ich hab meinen eigenen Raum. Tschüss. Grüße Leute. Dann geht die Kata in ihr pickes Räumchen da hinten. Ach, hier ist schön. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, Kata. Guten Morgen. Komme. Ich hab's auch. Ich hab's eine gute Idee. Ja. Wir bauen heute eine richtig, richtig gute Base, okay? Okay. Weil nachts kommen ja immer die Zombies. Aha. Und ich mein, wir haben ja noch irgendwo einen Verrückten rumlaufen. Ja, stimmt. Der ist ja auch hier irgendwo. Und ich glaube, wir bauen die Base einfach hier in der Mitte vom See. Weil ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Bis da irgendjemand hingeschwommen ist, haben wir den schon längst gesehen. Das ist richtig gut. Das ist echt nice, glaube ich. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen außenrum, okay? Ich will mal gucken, wie groß der See ist, beziehungsweise wie das aussieht. Du kannst gerne mal mitkommen. Okay. Wir müssen ja da ungefähr die Mitte finden, also dass er irgendwie mittig gelegen ist. Ich würde sagen, Kata, da hinten hört der See wieder auf. Siehst du das? Mhm. Da hinten, genau, genau. Warte mal, hast du? Ich habe Steine. Wir nehmen einfach mal Cobblestone als erstes, einfach mal zu markieren. Okay. Und ich schaue mal, wo hier ungefähr die Mitte ist. Ich würde sogar sagen, hier an der tiefsten Stelle, oder? Am besten, ja. Oh, der ist ja gar nicht tief hier, der See. Ja, das stimmt. Wir könnten theoretisch auch eine Base bauen, also einfach auf der Oberfläche und eine unterirdische Base, so einen Bunker. Oh, das ist cool. Schau mal, ist das hier die Mitte ungefähr von allem? Ja, mach hier so. So hier, warte. Ja, wir dürfen auch nicht zu nah an dem Ufer sein. Ich mach hier einfach. Mhm. So, da brauche ich hier kurz nach oben, zack, zack, zack. Wir könnten später auch Cleanstone und alles benutzen, aber das haben wir noch nicht. Warte, ich mach hier Dings. Ähm, hast du ein bisschen Holz für mich? Ja, ja, ich hab ganz viel sogar. Ich hab zwei Stacks. Oh, dankeschön. Also schon verarbeitet, warte. Ähm, warte, warte, wir müssen das auch in alle Richtungen gleich weit bauen. Ich markiere kurz die Mitte. Und jetzt können wir die Mitte so gesehen umkreisen. So, zack, zack, zack. Ist die Mitte? Achso, okay. So, schau mal. Und jetzt in jede Richtung, ich weiß nicht, wie viele Blöcke, vielleicht fünf? Also ab hier eins. Genau, jetzt, genau, das ist eins, zwei, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Das ist cool, schau mal an. Das ist eine riesig große Fläche eigentlich. Das ist echt nice. Stimmt. So, dann mach ich das hier schon mal zu. Zack, 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 zack. Okay, dann verbinde ich die Sachen hier nochmal. Das ist schon eine sehr große Fläche, wenn man bedenkt, dass es halt für uns beide nur ist. Egal. Das passt schon. Das ist echt groß. Aber ich mein, das soll ja auch eine große Base werden. Stimmt. Wir müssen uns auch irgendwie überlegen, wie wir halt am besten uns da verschützen. Vor irgendwelchen Monstern oder so. Wir könnten, haben wir, wir haben keine Kakteen. Hier gibt es keine Kakteen auf der Insel. Nee. Tatsache. Ich weiß nicht, wir haben, äh, Lava haben wir auch noch nicht. Wir müssen auch mal Lava suchen, oder? Stimmt, eigentlich doch beim Vulkan ist Lava. Oh, stimmt, ja stimmt, das ist ja alles voll mit Lava. Ja, ja. Okay, dann machen wir uns einfach ein paar Eimer. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal demnächst auf den Vulkan hoch, dass wir einfach Lava für die Base hier haben. Dass wir die irgendwie so schützen können. Na, gute Idee. So, sind das fünf hier? Ein, ne, warte. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Yes. Okay, perfekt. Okay, ich würde sagen, ja, wir machen Cleanstone, okay? Mhm. Mit dem Cleanstone machen wir dann hier so eine Mauer, okay? Okay. Und die Mauer machen wir so, so überhängt, weißt du, was ich meine? Also so, schau mal. Die geht so wie eine Treppe, weil wenn man von außen an, da kommt man noch nicht mal in die gerade Wand. Okay, okay, das ist ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, ähm, hast du zufällig, ähm, Cobblestone mit dabei? Äh, ja, ja, habe ich. Warte mal. Okay, dann gib mir mal den Cobblestone. Und du kannst theoretisch schon mal anfangen und in der Mitte so eine Art Haus bauen oder sowas. So, ein kleines. Ich meine, das kann ja so groß sein. Ähm, warte mal, eins, drei. So groß. Okay, ich mach. Okay, dann ist gleich. Okay, Kata. Ja, bitte. Ich hab jetzt richtig, richtig viel, äh, Cleanstone. Ich komm mal zu dir. Ich hab ein, zwei, ich hab, ich hab vier Stacks Cleanstone. Ich hoffe, das reicht. Dann mach ich die hier mal weg. Und ich seh schon, du hast in der Mitte so ein kleines Häuschen gebaut. Das ist echt cool. Ich komm mal rein. Ja. Hallo. Guten Tag. Also, nur, hier ist noch nicht so viel. Und, ja, ja, genau. Hier können wir dann nach unten gehen. Dann können wir so eine Art Bunker machen oder sowas. Genau, genau. Also, wir umkleiden das am besten in der Mitte mit Glas oder sowas. Und dann können wir hier senkrecht nach unten mit Leitern. Das wird so nice. Das wird richtig cool. Okay, nice. So, ich fang hier mal an. Okay, ich glaube, das reicht locker von der Höhe. Dann mach ich die Steine hier weg, weil die brauchen wir eigentlich nicht. So. Und den mach ich auch weg. Und so machen wir das jetzt einmal außenrum. Das heißt, wir machen das so. Zack, 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 zack. Das wird nice. Ja. Das ist wie eine richtig, richtig gute Mauer, Kata. Und das sieht irgendwie aus wie so ein Suppentopf von außen. Okay, das ist schon, ja gut, das verbraucht schon sehr, sehr viel Cleanstone. Aber das passt trotzdem, das ist kein Problem. Und dann geht's hier noch weiter. Okay, okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Problem ist, wenn ich einmal was falsch baue, dann krieg ich ja nur ein Cobblestone raus, leider. Ja, das ist richtig ärgerlich. Ja. Aber die Base wird richtig, richtig gut. Und Leute, wenn ihr noch Ideen habt für die Base, könnt ihr es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Also, wenn ihr irgendeine nice Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir lesen uns das durch. Und bauen das dann hier auch, weil wir machen eine richtig, richtig krasse Base hier zusammen. So. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das hier die beste Methode ist mit dieser Mauer. Aber ich glaube, wenn man von außen hier dran kommt, ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Und es ist besser als einfach so eine gerade Mauer. Das stimmt. So, dann mache ich das so und so. Und jetzt schaut mal von außen, Leute, wenn man von außen hier dran kommt. Oh, hallo, Katja. Guten Tag. Dann sieht das wirklich so, so, so heftig aus. Und wir können theoretisch auch hier so eine Art Fenster reinmachen oder so Luken, dass wir auch immer rausschießen können und immer den Überblick behalten. Ich glaube, das ist echt sehr, sehr cool. Okay, Leute, wir sind hier schon fertig mit der Mauer. Ihr seht das hier schon. Das ist richtig, richtig cool. Wir haben hier auch so Fenster reingebaut. Zur Not könnten wir hier auch so Luken bauen, beziehungsweise könnten die Fenster einfach kurz kaputt machen, wenn hier jemand kommt. Man kann sich aber auch sehr, sehr gut hier oben draufstellen. Mir fällt jetzt gerade erst auf, wie viel Zuckerrohr hast du denn gepflanzt, Katja? Ich habe echt viel gepflanzt. Hier ist ja alles voll mit Zuckerrohr. Ja, ich weiß. Oh Gott, okay. Und ihr seht hier schon, hier ist so das Haupthaus, sage ich mal, beziehungsweise noch mal eine Schicht. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer, hier reinzukommen. Und die Katja ist hier gerade schon beschäftigt. Hallo, Katja. Hallo. Mit dem Gang nach unten. Ich komme mal zu dir, pass mal auf. Au, okay. Kann das hier nicht dran machen. Ja, das geht nicht an Klaas, leider. Hier geht es nach unten in den Bunker. Und wenn ihr noch Ideen dazu habt, dann schreibt die mal ganz gerne in die Kommentare. Und wie kommen wir jetzt hier hoch, Katja? Warte mal. Hast du noch Steine von diesen hier? Von denen? Von denen, ja genau. Geben wir mal ein paar. Warte, ich gebe dir mal 31. Danke dir. Bitte, bitte. Okay, pass auf, jetzt wird es nass. Oh. Achso, ja, ich weiß, was du machst. Okay. Oh, es wird nur nicht mal nass. Guck mal, wie schnell ich bauen kann. Und, warte, ich brauche hier noch ein paar Leidern. Wo sind sie? Zack. Oh nein. Es wurde doch nass. Und ab nach oben. Okay, das ist jetzt unser Gang runter in unseren Bunker. Wir könnten das theoretisch auch zweidick machen. Ich glaube, das ist besser. Ja, ja, klar. So, das hier kommt noch weg. Dann mache ich die zwei Scheiben noch schnell weg. Oh, Hilfe. Okay, alles gut. Genau, und jetzt haben wir hier unseren Bunkereingang. Das ist richtig, richtig nice. Ich würde sagen, wir machen sogar den Türeingang jetzt hier auf die Seite, dass man einfach besser dort reinkommt. So, da brauchen wir natürlich auch noch gescheite Türen, irgendwelche sicheren Türen. Und ich würde sagen, wir besorgen uns auch demnächst noch Lava und alles, dass wir eine richtig, richtig geile Base hier bauen. Mega krass aus. Aber guck mal, wie gut das aussieht. Also, wir sind hier definitiv vor allen Monster und allem geschützt. Wir müssen auch noch Fackeln hier überall hinstellen. Guck mal, von unserem Baumhaus. Ja, okay, ich komme mal mit. Das ist so nice. Oha, das ist echt sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, das können wir aber noch sehr, sehr, sehr weit ausbauen. Wir könnten theoretisch auch noch so Türme an die Seite machen und sowas. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr cool. Stimmt, das ist cool, ja. Und vor allem, es liegt einfach in der Mitte von dem See. Das ist so, so gut. Ja, das stimmt. Wir könnten theoretisch auch mit uns im Bunker, also wenn wir einen unterirdischen Bunker haben, den verbinden und einfach unterirdische Gänge hier zum Beispiel zu uns im Baumhaus machen. Stell dir mal vor, wir kommen hier, guck mal, genau hier in der Mitte kommen wir raus, in der Mitte vom Baum. Und können einfach innerhalb vom Baum nach oben. Das ist nice. Das ist richtig gut. Wir könnten theoretisch auch irgendwie einen unterirdischen Gang zum Vulkan machen oder so. Genau, wenn wir die ganze Insel einfach vernetzen. Ja, das wäre richtig, richtig nice. Und das können wir dann auch mit Minecraft oder sowas machen. Ja, stimmt. Das wäre echt cool. Okay, warte mal, ich schaue mir das mal von hier oben an, vielleicht von der Brücke oben, so deinem kleinen pinken Zimmer. Ja, mach das mal. So, von hier oben. Okay, ja, das sieht echt krass aus. Das ist echt richtig, richtig nice. Okay, Leute, wie gesagt, ihr könnt uns jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie wir die Base da hinten noch besser bauen sollen. Oder was wir daran verändern können. Oder wie wir den Bunker einrichten sollen. Und ich glaube, die Kata, die macht da eben wieder irgendwas mit Zuckerrohr. Oh, Kata, ich sehe das ganz genau da hinten. Ich habe dich im Auge. Ja, ich will eine ganz schöne Reihe haben, dass, wenn das irgendwann mal hochwächst, alles... Einmal komplett drumherum? Ja, dann sind wir so geschützt. Oh, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Das ist echt schön. Aber du musst ja so viel Zuckerrohr haben, wenn du es einmal abbaust. Ja, ich habe hier auch schon drei Stacks. Drei Stacks? Oh, Gott. Ja, aber die gehe ich ja jetzt alle wieder verbrauchen. Ja, okay. Ich ernte mal das Feld hier übrigens. So, wie sieht es da aus? Wir haben neue Karotten und ich glaube, die Kartoffeln sind auch bald fertig. Aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Hm, okay. Ja, es sieht aber schon ganz gut aus. So, was machst du? Ich sehe dich da hinten. Guten Tag. Da hinten bist du irgendwo. Ich sehe dich da hinten am Horizont. Hallo. Du pflanzt doch... Wie... Warte mal. Du schaffst ja echt fast einmal drumherum. Ja. Du musst ja gucken, wie du es hier beim Vulkan machst, weil hier ist ja Obsidia überall. Ja, da geht es nicht. Aber... Oha, du hast es ja schon gleich geschafft. Ja, ja, ich habe noch ein bisschen. Oha, das ist ja viel zu heftig. Du bist... Du bist einmal komplett außenrum alles gebaut. Wie gut ist das denn? Oh, hier ist sogar noch echtes. Also nicht eingebautes. Ja. Zack, zack. Zack. Oh, so gut. Dankeschön. Wir könnten theoretisch auch anfangen mit automatischen Plantagen. Oh, ja. So, Melonenfarben oder sowas. Haben wir überhaupt Melonen? Ich glaube nicht. Nee. Oh, aber auf jeden Fall Kartoffeln, Karotten, Weizen und halt natürlich auch Sugarcans. Oh, ja. Das sind meine lieb Dinge. Oh, merke ich schon. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Schrauben